Ja, mich freut es, dass ihr euch als Unternehmer begeistern möchtet. Meine Tipps wären, sucht euch möglichst schnell Kunden, die euch sogar helfen, die Firmen zu finanzieren. Startet mit denen, hört zu, entwickelt, fokussiert euch auf das Wichtige und nutzt die ganzen Netzwerke in der Osterschweiz mit IFJ, mit Startfeld und und und. Da wird euch geholfen und nutzt das und dann kommen wir da vorwärts. Viel Erfolg!